Musik Musik Herzlichen Glückwunsch Nach dem ersten Rennen ist erst ein Rennen gefahren. Hier kommt der Führer der Ska ist Deutschlandkampf. Au, Wahnsinn. Vielen Dank an dieser Stelle. Alles Gute für die Saison. Und vielen Dank an die Firma Hans und Kehr die Bewerbetechnik. Wir werden aber gleich zu den ehemaligen Stars kommen. Die bereiten sich dort vorne schon vor. Aus Peter Tare sehe ich dort. Hier mitgefahren und da muss man auch hier unterscheiden. Und dieses Jahr wieder den Check, damit behinderte Kinder und Jugendliche den Zugang über Mobilität über Radfahren finden können. Jetzt trainiere ich den sechsten oder den siebten Tag und bin schon wieder hier in Frankfurt. Das Rennen wird richtig schwer. Und der Start ist auf! Die Wettbewerb! Die Elite-Klasse, 60 Minuten sind noch aufgelegt. Die Elite-Klasse, 21 Minuten, 1 Minute mehr timend! Bei einer Besidee. Medizin. Applaus Applaus Der erste Preis ist das Bonanserat. Das wollen wir heute von der Siegerin hier ziehen lassen und hoffen, dass es in gute Hände geht. Ich hoffe natürlich, dass der Cross-Sport in Deutschland durch so ein Rennen wie in Frankfurt noch mehr gepusht werden. Es hat jedes Jahr richtig Spaß gemacht hier zu fahren, das Publikum ist fantastisch und hoffen, dass es nächstes Jahr dann weitergeht.